William K. Stewart, Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der Tote aus der Themse, die neuen Abenteuer, ein Bookstream-Hörbuch gelesen von Christoph Hackenberg. Im Sommer 1888 hatten Sherlock Holmes und ich gerade einen Fall abgeschlossen, der sich am Ende nicht allzu aufregend gestaltet hatte. Beim St. Saviors Dock am südlichen Themseufer war es zu einer kleinlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Schiffskapitänen gekommen, die einander regelmäßig das Leben schwer machten. Es gelang uns, nachdem Holmes zunächst aufgrund verschiedener Sabotageakte engagiert worden war, zwischen den beiden Herren als Vermittler zu agieren und sie das Kriegsbeil begraben zu lassen. Ich war ein wenig enttäuscht von der Banalität der Aufgabe, denn ich hatte mir hierfür quasi einen Urlaubstag von meiner Praxis und meinem Eheleben genommen. »Ich hätte mir mehr erwartet,« gestand ich dementsprechend gegenüber meinem Freund ein, als wir uns auf den Heimweg machten. »Da ich nun ja etwas seltener an ihren Abenteuern teilnehmen kann, lassen mich die Ereignisse des heutigen Vormittags ein wenig unbefriedigt zurück.« Holmes quittierte die Bemerkung mit einem gewissen Amüsement. »Es tut mir leid, Watson,« entgegnete er. »Ich werde mich bemühen, uns künftig wieder in blutigere Kriminalfälle zu involvieren, und wenn Sie es wünschen, so kann ich uns dabei jederzeit in Lebensgefahr bringen.« »Danke, Holmes,« antwortete ich. »Diesbezüglich hege ich keinerlei Zweifel. Aber das wird nicht nötig sein. Es wäre schon ausreichend, in einem leicht gehobenen Milieu tätig zu werden. Rund um dieses kleine Hafenbecken und das Shed-Thems-Gebiet hat man wohl nichts als sinnlose Niedertracht zu erwarten.« Mein Freund blieb stehen und sah sich um. Dann meinte er, »nicht jeder Fall kann ein europäisches Königshaus, einen englischen Aristokraten oder einen Parlamentsabgeordneten betreffen. Eine der Quellen der Kriminalität liegt nun mal in ärmlichen Verhältnissen. Insofern dürfen Sie sich nicht wundern, wenn man als Ermittler mitunter eher im East End oder hier aktiv werden muss.« »Diese Einschätzung mag für die Polizei zutreffen,« erwiderte ich, »doch als privater, beratender Detektiv kann man sich seine Fälle aussuchen.« »Das tue ich,« behauptete Holmes sofort. »Sie wissen so gut wie ich, dass sich nicht alle Menschen in London gleichermaßen Gerechtigkeit leisten können. Daher ist es angebracht, hin und wieder entgegenzuwirken. Wir sind nicht zufällig hier. Dies war noch vor nicht allzu vielen Jahren ein Zentrum der Unterprivilegierten, der Armen, der Unterschicht. Mit gutem Grund ließ Charles Dickens relevante Teile von Oliver Twist in dieser Gegend spielen. Gleich dort drüben stürzte Bill Sykes seinerzeit vom Dach und starb im Schlamm des Hafenbeckens. Ich sah mich zu einer Entgegnung veranlasst. »Das ist Fiktion, Holmes,« stellte ich fest. »Und das Elendsviertel von Jacobs Island existiert nicht mehr.« »Nur, weil es jetzt woanders ist,« widersprach Holmes. »Aber Sie haben recht, die Stadtverwaltung hat für einigermaßen gedeihliche Ordnung gesorgt. Die Tage, in denen Leichen im Wasser trieben, sind glücklicherweise vorbei.« Wir erreichten die Mündung des Neckinger-Flusses, wo wir plötzlich einer kleinen Menschenansammlung gewahr wurden. Es handelte sich wohl um schaulustige Passanten, denn hinter ihnen entdeckten wir einige uniformierte Polizisten, die offensichtlich die Umgebung sicherten. Ich warf Holmes einen skeptischen Blick zu, doch dieser bahnte sich bereits dem Weg durch die Menge. Unweigerlich musste ich ihm folgen. Wir waren beide überrascht, als wir ein vertrautes Gesicht sahen. »Holmes, Dr. Watson,« rief Inspektor Lestrade, der gerade vom Flußufer heraufstieg. »Was machen Sie denn hier?« »Wir kamen nur zufällig vorbei,« antwortete ich. »Eigentlich befinden wir uns auf dem Heimweg.« »Was ist hier los?« fragte Holmes sofort, der sich bemühte, an Lestrade vorbeizuschauen. »Nichts Besonderes,« behauptete der Inspektor. »Wir haben einen toten Mann aus der Themse gefischt.« »Der Leichnam wurde hier an der Einmündung des Neckenger angespült.« Ich hatte keine Gelegenheit mehr, meinen Freund mit einem vorwurfsvollen Blick zu bedenken, denn er schritt schon eilig in Richtung Ufer. Dabei rief er dem Inspektor über die Schulter zu. »Ich darf die Sache doch kurz in Augenschein nehmen, nicht wahr?« Lestrade hob gleichgültig die Schultern. »Nun, wenn Sie schon hier sind, meinetwegen.« Wenige Sekunden später standen wir zu dritt vor dem Leichnam. Der Tote war ein junger Mann, vielleicht Mitte zwanzig, ohne besondere Merkmale. Die natürlich durchnäßte Kleidung wies auf eine einfache Herkunft hin. Holmes begutachtete zunächst den leblosen Körper, dann das Wasser der Themse. Währenddessen präsentierte der Inspektor seinen spärlichen Bericht. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Er ist allerdings auch erst vor einer halben Stunde von einem Spaziergänger entdeckt worden. Gut möglich, dass er aus Unachtsamkeit von einem der Schiffe im Hafenbecken von St. Xavier gefallen und ertrunken ist. Meine Leute fragen gerade nach, ob ein Matrose abgängig ist. Allerdings weiß niemand, wie lange der arme Kerl schon in der Themse getrieben ist. »Wenn Sie erlauben,« warf ich ein, »so kann ich dazu durchaus eine Einschätzung abgeben. In letzter Zeit hatte ich zwar mehr mit lebenden Patienten als mit forensischen Betrachtungen zu tun, aber eines ist unweigerlich klar, dieser Leichnam war nur für einen kurzen Zeitraum im Wasser, sehen Sie. Nur geringe Waschhautbildung, kaum Aufquellungen, keine Ablösungen der Epidermis, eine halbwegs natürliche Gesichtsfarbe. Der Verwesungsprozess wird im Wasser gegenüber der Luft bekanntlich stark verlangsamt, scheint aber überhaupt nicht ein Gesetz zu haben, keine Algen, keine Fraßspuren durch Fische oder Krebse. Wenn ich mich festlegen müsste, so würde ich sagen, vor zwei Stunden befand sich dieser Mann noch an Land, und dies vermutlich in quicklebendigem Zustand. »Danke, Dr. Watson«, erwiderte Lestrade. »Unter diesen Umständen erscheint es naheliegend, dass die Abgängigkeit dieses Mannes vielleicht noch gar nicht richtig bemerkt wurde. »Vorausgesetzt, es handelt sich tatsächlich um einen Unfall«, ergänzte ich. Im Falle eines Todes durch Fremdeinwirkung weiß hingegen zumindest der Täter Bescheid. Ich kniete mich nieder, um den am Rücken liegenden Leichnam genauer zu untersuchen. »Keine oberflächlichen Verletzungen«, konstatierte ich. Gemeinsam mit Lestrade drehte ich den Körper auf den Bauch und musste mich sogleich korrigieren. »Hier ist etwas am Hinterkopf, eine Verwundung. Sie ist ausgewaschen, aber die Deformation des Schädelknochens ist deutlich zu spüren. Fühlen Sie selbst, Inspektor?« Der Angesprochene lehnte ab. »Danke, ich glaube Ihnen. Aber könnte diese Verletzung auch von einem Sturz her rühren?« Ich mußte nicht lange überlegen und stellte fest, »Ein Haufprall auf die Wasseroberfläche kommt hierfür gewiß nicht in Frage. Insofern müßte es sich um einen überaus unglücklichen Unfall handeln, bei dem der Mann zuerst auf eine scharfe Kante fiel, wieder Aufstand taumelte und in den Fluß stürzte. Dies ist zwar möglich, aber ermittlungstechnisch wohl nur die zweite Wahl. Ich fürchte, wir müssen von einem tätlichen Angriff ausgehen.« »Auch das noch,« jammerte Lestrade. »Die Leiche wurde ermordet. Dann suchen wir also an den Docks nicht nur Bekannte oder Kollegen, sondern auch etwaige Zeugen. Und einen Mörder.« Doch Holmes, der bisher nur Beobachter war, schüttelte den Kopf. »Das wäre Zeitverschwendung,« behauptete er unvermittelt. »Das Opfer arbeitete nicht im Hafen oder auf einem Schiff. Er war vielmehr Bauarbeiter.« »Ein Bauarbeiter,«, wiederholte der Inspektor misstrauisch. »Woher wissen Sie das?« Mein Freund zeigte auf die Körpermitte des Leichnams. »Sehen Sie den breiten Gürtel um die Hüfte? Das ist kein gewöhnliches Accessoire, sondern es wird von Handwerkern verwendet, um die wichtigsten Werkzeuge immer griffbereit zu haben. Zwar ist der Gurt leer, doch es besteht kein Zweifel, dass das Opfer von einer Baustelle stammt.« Strat hob verzweifelt die Hände und rief, »Ich kann doch nicht alle Baustellen Londons von meinen Leuten überprüfen lassen, das wären Hunderte.« »Eine solche Vorgehensweise wird nicht nötig sein,« setzte Holmes fort. »Zunächst dürfen wir davon ausgehen, dass Wasserleichen nur in den seltensten Fällen Strom aufwärts schwimmen und wenn der von Watson umrissene Zeitrahmen zutreffend ist, außerdem die Strömungsgeschwindigkeit der Themse und das geschätzte Gewicht des Opfers in Betracht gezogen werden, so reduzieren sich die Möglichkeiten auf eine einzige. Und die ist ganz in der Nähe.« Mit diesen Worten deutete Holmes flussaufwärts, wo sich in Sichtweite in rund eineinhalbtausend Fußentfernung die gegenwärtig größte Baustelle der Stadt befand, die Tower Bridge, mit deren Errichtung vor zwei Jahren begonnen worden war. Die Tower Bridge würde nach ihrer Fertigstellung, die noch einige Jahre in Anspruch nehmen sollte, einen triumphenglischer Ingenieurskunst darstellen. Sie wird, nach Plänen von Sir Horace Jones, der im vergangenen Jahr leider verstarb, Tower Hamlets am nördlichen Themseufer mit Southwalk im Süden verbinden. Über 70.000 Tonnen Beton und rund 15.000 Tonnen Stahl werden verbaut. Die beiden neugotischen Türme, deren Pfeiler im Fluß versenkt wurden, ragen über 200 Fuß in die Höhe. Insgesamt weist die Brücke eine Länge von 800 Fuß auf, davon 200 zwischen den Türmen. In luftiger Höhe von etwa 140 Fuß ist ein Fußgängerübergang geplant. Darunter, etwa neun Meter über der Wasseroberfläche, liegt die Fahrbahn. Und hier haben wir die eigentliche Sensation dieses architektonischen und technischen Meisterwerks. Dieser Teil der Brücke besteht aus zwei Hebearmen, die sich aufklappen lassen, damit auch größere Schiffe und solche mit hohen Masten hindurchfahren können, womit die Hafenanlagen in Richtung London Bridge zugänglich bleiben. Ein leistungsstärkes hydraulisches System ist in der Lage, die beiden Brückenarme, die jeweils gut 1.000 Tonnen schwer sein mögen, binnen weniger Minuten auf einen Winkel von bis zu 86 Grad anzuheben. Müsste man die neuen Weltwunder unseres modernen Zeitalters benennen, so hätte die Tower Bridge gewiss einen Platz unter ihnen. Ich begab mich mit Lestrade und Holmes zur Baustelle, wo wir erkennen konnten, dass selbst im unfertigen Zustand der monumentale Charakter der Brücke schon zu erahnen war. Wir wurden zu George Crudwell vorgelassen, dem Baumeister vor Ort, der im Auftrag des leitenden Ingenieurs John Wolfe Barry tätig war. Dessen berühmter Vater Sir Charles Barry wiederum war für den Neubau des Palace of Westminster sowie die Gestaltung des Trafalgar Square verantwortlich gewesen, Doch dies sei nur am Rande erwähnt. Crudwell empfing uns in einer hölzernen Bauhütte, die ihm als Büro diente. Es war an seiner gehobenen Straßenkleidung gleich zu erkennen, dass der Baumeister, der sich ungefähr in meinem Alter befand, bei der Konstruktion nicht selbst Hand anlegte. Seine Aufgabe war es vielmehr, die Arbeiten zu überwachen, Zweifellos war er überrascht, uns zu sehen. »Scotland Yard«, fragte er verwundert, als sich Lestrade vorstellte, »Und Ihren Begleiter kenne ich auch? Aus Zeitungsbildern? Sherlock Holmes, Detektiv, wenn ich mich nicht irre?« »Ganz recht«, erwiderte Holmes mit einer angedeuteten Verbeugung. »Zudem darf ich Ihnen unseren medizinisch-forensischen Berater Dr. John Watson vorstellen.« »Verstehen Sie mich nicht falsch, meine Herren«, meinte Crudwell, »es ist mir natürlich eine Ehre, aber es hat in aller Regel nichts Gutes zu bedeuten, wenn man von der Polizei und einem weithin bekannten Detektiv aufgesucht wird. »Ist denn etwas geschehen, wovon ich wissen sollte?« Lestrade hielt sich nicht mit Umgangsformen auf und entgegnete ein wenig unwirsch. »Wenn Sie erlauben, stellen wir die Fragen. Dies ist eine offizielle Ermittlung.« Der Baumeister hob vorsichtshalber die Hände und sagte, »Gewes, nur zu. Doch wäre es für meine Antworten vielleicht vorteilhaft, wenn ich in Kenntnis gesetzt werden würde, worum es überhaupt geht?« »Das erfahren Sie früh genug«, knurrte der Inspektor. Doch bevor dessen Gesprächsführung in regelrechte Unhöflichkeiten abgleiten konnte, übernahm Holmes das Wort. »Nun, Mr. Crudwell«, begann er mit einem Seitenblick auf Lestrade. »Wir sind lediglich hier, um Erkundigungen einzuholen. Bislang sind es lose Hinweise, die uns zu Ihnen führten. Im Konkreten würde uns interessieren, ob auf Ihrer Baustelle heute ein Arbeiter verschwunden oder gar nicht erst zu seiner Schicht erschienen ist.« Unser Gegenüber schüttelte den Kopf. »Da muss ich Sie leider enttäuschen. Derartige Details entziehen sich meiner persönlichen Kenntnis. Ich kümmere mich um die Supervision der Baufortschritte. Um deren Planung, Organisation und Koordinierung für Personalangelegenheiten bin ich nicht zuständig. Das wäre mir auch gänzlich unmöglich, schließlich beschäftigen wir hier über 400 Männer.« »Ich verstehe«, erwiderte Holmes. »Sie haben natürlich Wichtigeres zu tun, als Anwesenheitslisten zu führen und dementsprechende Löhne zu verrechnen. Jedoch wird es unweigerlich eine Person auf dieser Baustelle geben, die dies übernimmt, nicht wahr?« »Selbstverständlich«, antwortete Crudwell. »Dies ist die Aufgabe von Mr. Atkins, der mir von der Bridge House Estates Stiftung hierfür zur Seite gestellt wurde. Sie finanziert schließlich die Errichtung und wird auch die eigentliche Betreiberin der Brücke sein. Mein Kollege wird Ihnen bestimmt alle benötigten Informationen zur Verfügung stellen.« »Und wo finden wir diesen Mr. Atkins?« fragte Lestrade ungeduldig. »Ich habe ihn erst vor wenigen Minuten zum südlichen Brückenpfeiler geschickt, um nach dem Rechten zu sehen«, erklärte der Baumeister. »Fragen Sie sich einfach durch. Er ist unter den Arbeitern hinlänglich bekannt. Aber könnte ich nun endlich erfahren, um welche Art von Ermittlung es sich handelt?« »Tut mir leid«, erwiderte Holmes schelmisch, als er bereits die Hüttentür geöffnet hatte. »Aber das wissen wir selbst noch nicht. Guten Tag.« Wir ließen George Crudwell im Ungewissen und in seinem Büro zurück. Allerdings war die Behauptung meines Freundes bis zu einem gewissen Grad keineswegs inkorrekt. Tatsächlich war es nicht allzu schwierig, Mr. Atkins zu finden, der offenbar so etwas wie der Assistent von Crudwell war. Der junge athletische Mann zeichnete sich durch energische Gesichtszüge rund um seinen Oberlippenbart aus. Im Gegensatz zu seinem unmittelbaren Vorgesetzten war er sich nicht zu schade, der selbst bei den physisch fordernden Arbeiten mitzuhelfen, wie man an seiner schmutzigen Kleidung erkennen konnte. Wir nahmen ihn ein wenig zur Seite, um ihm unser Anliegen vorzulegen. »Mr. Crudwell hat uns zu Ihnen geschickt«, erläuterte Holmes. Er meinte, »Sie könnten uns Auskunft erteilen über das hiesige Personal.« »Das Personal?«, fragte Atkins verunsichert. »Es hat doch hoffentlich keiner meiner Männer Probleme verursacht. Ich gestehe durchaus, dass der eine oder der andere des Nächtens in leichtfertiger Weise dem Alkohol zuspricht. Doch tagsüber handelt es sich um anständige und ehrliche Arbeiter. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.« »Keine Sorge«, beruhigte Holmes. »Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werfen wir niemanden etwas vor. Vielmehr möchten wir wissen, ob heute alle Arbeiter ihren Dienst angetreten haben, beziehungsweise ob es im Laufe des Tages Ausfälle gab?« Atkins lachte. »Ausfälle«, wiederholte er amüsiert. »Auf einer solch großen Baustelle mit hunderten Beschäftigten gibt es immer Ausfälle. Das ist ganz natürlich.« »Wie sieht es am heutigen Tage aus?«, hakte mein Freund nach. Der Bauassistent holte einen Aktenordner aus seinem Koffer und nahm ein Blatt Papier heraus. »Hier haben wir es«, verkündete er. »McGovern, Lyndon und Strummer haben sich krank gemeldet. Jones hat sich freigenommen, denn sein Bruder heiratet. Cook fällt aufgrund eines familiären Todesfalles aus. Seine Mutter ist gestorben. Von den Polen sind gleich sieben nicht zur Arbeit erschienen, ohne Begründung. »Sie beschäftigen auch polnische Arbeiter?«, unterbrach Lestrade. »Natürlich«, erwiderte Atkins. »London ist eine kosmopolitische Stadt, eine Weltmetropole. Hier leben Menschen aus allen möglichen Ländern. Und sie benötigen Arbeit. Wir geben ihnen Arbeit, ungeachtet von Herkunft oder Muttersprache. Auf meiner Baustelle sind neben ihren und Polen auch Italiener, Russen, Deutsche, Inder, Chinesen und viele weitere Nationen vertreten. Führt dies manchmal zu Konflikten unter den Arbeitern?«, wollte der Inspektor wissen. Atkins machte eine abwehrende Handbewegung. »Nicht wirklich«, behauptete er. »Gewiß, wir haben es mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen zu tun, aber bei der Arbeit sind alle gleich. Wenn es mal zu einem Streit kommt, dann regeln das die Männer untereinander, fast immer ohne Gewalt.« »Fast immer?«, wiederholte Lestrade skeptisch. »Hin und wieder gibt es wohl ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe?«, erklärte Atkins. »Aber das sollte man nicht überbewerten. Sie dürfen nicht vergessen, dass das rohe Proletariat eben nicht über denselben Bildungs- und Zivilisationsgrad verfügt wie die bürgerlichen Schichten. Somit mangelt es mitunter an Moral und Vernunft. Das gehört nun mal zum Wesen dieser Leute. Sie können auch keinen Wolf zu einem Schoßhündchen machen.« Ich sparte mir die Bemerkung, dass die Evolutionstheorie dies anders sieht, doch in der Zwischenzeit übernahm ohne dies Holmes wieder die Befragung. »Kommen wir doch zum heutigen Tag zurück«, schlug er vor. »Gab es Arbeiter, die im Laufe des Vormittags oder während der Mittagspause die Baustelle verlassen haben?« »In der Tat«, antwortete Atkins, der den Namen des Betroffenen jedoch in seinen Unterlagen nachschlagen musste. »Ah, ja, hier ist er. Jan Slivowski musste in ärztliche Behandlung. Er hat sich mit dem Hammer den eigenen Daumen blutig geschlagen. Was für ein ungeschickter Kerl. Fehlzeit und Behandlungskosten werden wir ihm bedauerlicherweise vom Lohn abziehen müssen. »Einstweilen haben wir den Hammer einbehalten und einem neuen Arbeiter weitergegeben. Sie müssen wissen, jedes Werkzeug ist wertvoll.« »Wertvoller als die Arbeitskraft, die es zum Einsatz bringt«, fragte ich auf provokante Weise. Atkins schmunzelte. »Sind Sie von Scotland Yard oder von der Labour Party?« entgegnete er. »Aber im Ernst, jeder Arbeiter ist von Wert. Jedoch ist es kein Geheimnis, dass es in London ausreichend Arbeitslose gibt, die einen Ausfall sofort kompensieren können. Wir sind in finanzieller Hinsicht unserer Errichtungsgesellschaft verpflichtet und müssen wirtschaftlich gewinnbringend agieren. Immerhin bewegen sich die Baukosten in einem Bereich von über einer Million Pfund und diese Investition muss sich rentieren. Das mag einem gefallen oder nicht, jedenfalls ist es unweigerlich so.« Bevor ich eine weitere Erwiderung anbringen konnte, hörte ich schon wieder die Stimme von Holmes. »Wir verstehen das natürlich. Musste abgesehen von Mr. Slivowski heute noch jemand ersetzt werden?« Atkins verneinte mit dem Kopf. »Diesbezüglich wäre mir nichts bekannt«, antwortete er. »Mich haben keine Berichte über sonstige Unregelmäßigkeiten erreicht. Alles ist in bester Ordnung. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen könnten, ich habe viel zu tun.« Holmes nickte. »Natürlich. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Zeit ist Geld. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen.« Der Bauassistent ging wieder seiner Wege, während Holmes, Lestrade und ich noch kurz stehen blieben, um unsere nächsten Schritte zu beraten. Dazu kam es jedoch nicht, da wir plötzlich von einem der Arbeiter angesprochen wurden. »Sind Sie von der Polizei?« fragte er. »Ich bin Kriminalinspektor«, bestätigte Lestrade. »Und dies sind meine Kollegen Holmes und Watson. Was können wir für Sie tun?« Der junge Mann mit rötlichem Haar und Sommersprossen im blassen Gesicht zögerte. Schließlich holte er nochmals tief Luft und sagte, »Mein Name ist Brian O'Reilly. Ich wollte Ihr Gespräch mit Mr. Atkins nicht belauschen, doch ich konnte mithören, dass Sie nach abwesenden Arbeitern fragten. Tatsächlich ist ein Kollege von mir nicht mehr aus der Mittagspause zurückgekehrt und dies ohne Vorankündigung, was ihm überhaupt nicht entspricht. Ich bin dementsprechend besorgt.« »Insofern ist es richtig, dass Sie sich an uns wenden«, versicherte Holmes. »Leider besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass Ihre Sorge berechtigt ist. Vor kurzem wurde, ein wenig flussabwärts, ein Toter aus der Themse geborgen, der mutmaßlich auf dieser Baustelle tätig war. »Ich hoffe in Ihrem Sinne, dass es sich nicht um Ihren abgängigen Freund handelt. Doch wird es erst Gewissheit geben, wenn Sie einen Blick auf den Leichnam werfen. Sind Sie dazu bereit?« »Um Himmels Willen«, rief O'Reilly, der augenscheinlich betroffen war. »Natürlich. Ich komme sofort mit. Ich muss lediglich Mr. Atkins Bescheid geben, dass ich mich von der Baustelle entferne.« »Damit müssen wir Ihren Vorgesetzten noch nicht belasten«, behauptete Holmes. »Wichtiger ist, dass wir umgehend Klarheit schaffen. Wir werden Mr. Atkins danach informieren, dass Sie zur Unterstützung der Polizeiarbeit unabkömmlich waren.« »Wir begaben uns zurück zur von der Polizei bewachten Fundstelle bei der Mündung des Neckinger, wo der Leichnam inzwischen wieder auf dem Rücken lag und mit einem Tuch bedeckt worden war. Die Schaulustigen hatten sich zerstreut, denn es gab nichts mehr zu sehen. Holmes führte O'Reilly zu dem Toten und fragte, »Sind Sie bereit?« Der irische Arbeiter nickte langsam, woraufhin mein Freund das Tuch zurückschlug und das Gesicht des Opfers freilegte. »Ist das Ihr vermisster Kollege?« O'Reilly wandte seinen Blick ab und stotterte. »Ja, das ist er, Patrick Collins. Ich habe es befürchtet.« »Mein Beileid«, erwiderte Holmes. »Wissen Sie schon, wie er gestorben ist?« fragte der Arbeiter. Nun mischte sich Lestrade ein. »Es war kein Unfall, wenn Sie das meinen,« verkündete er. »Collins wurde ermordet?« stammelte O'Reilly. »Wie furchtbar!« »Wir müssen die Umstände dieser Tat rekonstruieren,« erklärte Holmes. »Nur auf diese Weise wird es möglich sein, den Täter zu finden. Fühlen Sie sich dazu in der Lage, uns dabei behilflich zu sein?« »Selbstverständlich,« antwortete O'Reilly. »Wer immer dies getan hat, soll zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde alles machen, was ich dazu beitragen kann.« »Wann genau haben Sie Collins zuletzt gesehen?« begann Holmes mit der Feststellung der Hintergründe. »Es muss gegen drei Viertel zwölf gewesen sein,« meinte O'Reilly nach kurzer Bedenkzeit. »Wir arbeiteten gemeinsam am Baugerüst des Südturms. Knapp vor Mittag ging ich in die Pause. Collins begleitete mich nicht, wie er es zumeist tat.« »Dafür hat er doch bestimmt einen Grund angegeben,« suggerierte Holmes. »Das hat er,« bestätigte O'Reilly. »Sie müssen wissen, Collins war unser Gewerkschaftsvertreter. Er vertritt die Interessen der irischen Arbeiter auf der Baustelle. Er wollte in der Mittagspause ein wichtiges Gespräch führen.« »Ein Gespräch?« »Mit wem?« fragte mein Freund. »Mit dem Vertreter der polnischen Arbeiter,« antwortete O'Reilly. »Die Polen arbeiten für wesentlich niedrigere Löhne, als es die ihren tun können. Wir sind immer noch die größte Gruppe auf der Baustelle, doch die Polen werden immer mehr. Indem sie ihre Arbeitskraft so billig zu Markte tragen, sind die Unternehmen dazu geneigt, sie bevorzugt einzustellen. Dadurch gibt es eine wachsende Zahl an ihren ohne Beschäftigung und ohne Einkommen. Und wer eine Anstellung erhält, soll zu polnischen Löhnern arbeiten.« Holmes nickte. »Diese Konkurrenzsituation führt natürlich zu einem Konflikt zwischen den Arbeitern,« stellte er fest. »So ist es,« erwiderte O'Reilly. »Viele von uns sind nicht gut zu sprechen auf die Polen. Sie ruinieren uns. Einige sind der Meinung, sie sollen verschwinden.« »Und darüber wollte Collins mit den Polen sprechen,« vermutete Lestrade. »Wenn er von ihnen allerdings verlangt hat, die Baustelle zu verlassen und die Arbeitsplätze den ihren zu überlassen, dann kann es leicht zu einem heftigen Streit gekommen sein. Gut möglich, dass dieses Gespräch eskaliert ist, mit tödlichem Ausgang.« »Wir müssen mit dem Anführer der polnischen Arbeiter sprechen,« meinte Holmes. »Kennen Sie seinen Namen, Mr. O'Reilly?« »Natürlich,« versicherte der Ihre. »Er heißt Leon Kowalski. Wenn wir zur Baustelle zurückkehren, kann ich Sie zu ihm führen.« Und so geschah es. Im Schatten der unfertigen Tower Bridge standen wir bald darauf einem großgewachsenen, muskulösen, blonden Mann gegenüber, dessen verhärmtes Gesicht niemals zu lächeln schien. Es war für mich leicht vorstellbar, dass dieser brutal anmutende Kerl aus Osteuropa den armen Patrick Collins erschlagen und in die Themse geworfen hatte. Lestrade hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. »Hören Sie, Kowalski,« begann er. »Die Londoner Polizei untersucht den Mord an Mr. Patrick Collins, dem Gewerkschaftsvertreter der irischen Arbeiter. Offenbar waren Sie heute Mittag die letzte Person, die ihn gesehen hat. »Collins ist tot?« fragte der Pole mit slawischem Akzent und gleichgültiger Stimme. »Er wurde ermordet.« »Dann war ich nicht der Letzte, der ihn traf, sondern sein Mörder. Und er bin ich nicht.« »Hören Sie auf,« forderte der Inspektor. »Wir wissen ganz genau, dass es Streit gab, weil die Polen das Lohnniveau nach unten treiben und in Ehren die Arbeitsplätze wegnehmen.« »Hat Collins Sie damit konfrontiert?« »Das hat er tatsächlich,« bestätigte Kowalski. »Aber nicht so, wie Sie denken?« »Ach, was denke ich denn?« hakte Lestrade nach. »Sie glauben, dass wir aufeinander losgegangen sind?« antwortete der Pole. »Wie wilde Tiere.« »Aber so sind wir nicht. Die Iren sind in England, weil sie zu Hause verhungern würden.« »Für uns gilt das Gleiche.« »In unserer Heimat werden wir von den Deutschen und Russen und Österreichern unterdrückt und in Armut gehalten. Wir haben nichts außer unserer Arbeitskraft und diese verkaufen wir hier in England. Immerhin in Freiheit. Zu einem Spottpreis, um überleben zu können. Wir haben keine andere Wahl. Das habe ich auch Collins erklärt. Und er hat es verstanden.« »Er hat es verstanden,« wiederholte Holmes nachdenklich. »Wie meinen Sie das?« »Collins war nur ein einfacher Arbeiter,« erwiderte Kowalski. »Aber ein kluger Mann. Er hat mir dargelegt, dass die Feindschaft zwischen irischen und polnischen Arbeitern unsinnig ist. »Es sind die Unternehmer, die uns ausbeuten und die Polen noch ein bisschen mehr als die Iren. Daher bringt es nichts, wenn wir einander bekämpfen, sondern wir müssen die Kräfte bündeln und gemeinsam für unsere Interessen eintreten.« Holmes nickte. »Collins hat Ihnen gegenüber vorgeschlagen,« suggerierte er, »zusammen zu arbeiten und eine Allianz zu bilden.« »So ist es,« sagte Kowalski. »Er hatte Erfahrung in gewerkschaftlicher Organisation und wollte eine gemeinsame Front der irischen und polnischen Arbeiter schaffen. Mit doppelter Kraft,« meinte er, »würden wir unsere Forderungen gegenüber dem Unternehmen durchsetzen können.« »Welche Forderungen?« fragte mein Freund, der offensichtlich längst ahnte, worum es wirklich ging. »Kürzere Arbeitszeiten, längere Ruhepausen, bessere Verpflegung,« erklärte Kowalski. »Die Hauptforderung wäre jedoch gewesen, dass die Polen nicht schlechter bezahlt werden dürfen als die Iren oder andere Nationalitäten. Die Löhne sollten auf ein einheitliches Niveau angehoben werden. Collins wusste, dass wir dies erzwingen müssten durch einen gemeinsamen Streik alle Arbeiter dieser Baustelle.« »Lächerlich,« rief Lestrade. »Diesen Forderungen hätte die Unternehmensleitung niemals zustimmen können.« Holmes überlegte kurz, dann meinte er, »Damit haben Sie völlig recht, Inspektor, und einen Arbeitskampf konnte sich die Errichtungsgesellschaft unmöglich leisten. So oder so wäre es zu finanziellen Verlusten gekommen. Daher musste dieser Plan die Übereinkunft zwischen Mr. Collins und Mr. Kowalski unterlaufen werden. Am einfachsten erschien es, der Schlange den Kopf abzuschlagen und den irischen Gewerkschaftsführer zu beseitigen. Doch man konnte ihn nicht einfach entlassen, denn das hätte nichts geändert, sondern man musste ihn für immer unschädlich machen. »Es gefällt mir nicht, was Sie hier andeuten, entgegnete Lestrade. Allerdings wohnt Ihren Überlegungen, die lediglich auf Indizien beruhen, durchaus eine gewisse Logik inne. Die entscheidenden Fragen sind jedoch, können Sie Ihre Behauptungen beweisen und und vor allem können Sie den Täter überführen. Wenn Sie den Ehrenwerten Mr. Crudwell beschuldigen möchten, so sollte dies tunlichst fundiert sein. Nicht Crudwell, widersprach Holmes. Er würde sich niemals die Hände schmutzig machen und weiß wohl nichts von der Sache. Sein Assistent Atkins ist es, dem wir auf den Zahn fühlen müssen. Sie erinnern sich gewiss, dass er nicht einmal wissen wollte, welche Art unsere Ermittlungen auf der Baustelle sind, aus dem einfachen Grund, weil er es bereits wusste. Das ist Ihr Beweis, fragte der Inspektor ungehalten. Ich hoffe doch sehr, Sie haben noch Besseres in der Hinterhand. Das hoffe ich auch, murmelte Holmes, und machte sich auf die Suche nach Atkins. Wir fanden den nunmehrigen Hauptverdächtigen beim Südturm, wo gerade das Baugerüst erhöht wurde. Er befand sich auf der zweiten Ebene der hölzernen Konstruktionshilfe. Mr. Atkins, rief Holmes schon aus einiger Entfernung, hätten Sie wohl eine Minute Zeit für uns? Der Angesprochene erkannte meinen Freund, Lestrade, und mich und beugte sich über das Sicherheitsgeländer. Ich bin beschäftigt, meine Herren, erwiderte er. Wir müssen mit der nächsten Plattform noch heute fertig werden. Das schaffen Ihre fleißigen polnischen Arbeiter auch ohne Sie, entgegnete Holmes. Ich möchte mit Ihnen jedoch über einen irischen Arbeiter sprechen, über Patrick Collins. Haben Sie ihn heute schon gesehen? Atkins hob die Hände und behauptete, nicht, dass ich wüsste, aber es ist eine große Baustelle. Ich kann nicht jeden Einzelnen im Auge behalten. Was ist denn mit Mr. Collins? Es wäre einfacher, wenn Sie von dem Gerüst herunter kommen, stellte Holmes fest. Da Atkins jedoch keinerlei diesbezügliche Anstalten machte, setzte er fort. Wie Sie wollen. Nun, Collins liegt mit einem schweren Schädeltrauma im Geis Hospital. Eine Verletzung am Hinterkopf deutet auf einen Unfall hin, in dessen Gefolge er auch noch in den Fluss gestürzt ist. Zum Glück konnten ihn aufmerksame Passanten ein wenig Strom abwärts gerade noch rechtzeitig aus dem Wasser ziehen. Ein schlimmer Vorfall, meinte Atkins. Seltsam, dass niemand etwas davon bemerkt hat, was sagen die Ärzte wird er durchkommen? Ich habe Collins im Krankenhaus untersucht, antwortete ich sofort. Es geht ihm den Umständen entsprechend relativ gut. Wir sind bester Dinge, dass er schon morgen wieder zu Bewusstsein kommen könnte. Dann wird er uns auch berichten können, wie es zu dem bedauerlichen Unfall kam. Ich verstehe, rief Atkins immer noch vom Gerüst aus. Vielen Dank für diese Information. Hoffen wir auf eine rasche Genesung. Bislang ließ sich der Verdächtige nichts anmerken, wenngleich er befürchten musste, in absehbarer Zeit als Angreifer identifiziert zu werden. Dass sein Opfer tatsächlich tot war und nicht, wie von uns behauptet, überraschenderweise überlebt hatte, konnte er freilich nicht mit Sicherheit wissen. Daher plante Atkins bestimmt schon sein unbemerktes Verschwinden aus London und dies noch für den heutigen Abend. Für diesen Fall wäre er durchgängig von Scotland Yard überwacht und an einer Flucht gehindert worden. Doch Holmes hatte noch ein Hass im Ärmel und setzte alles auf eine Karte. Er wollte Atkins sofort überführen, stützte sich dabei jedoch auf eine etwas unsichere Vermutung. Ich hätte noch eine Bitte, verkündete er. Für den Unfallbericht benötigen wir Unterlagen über das heute anwesende Personal. Sie haben doch einen entsprechenden Akt in Ihrem Koffer, Mr. Atkins. Und wie ich sehe, steht der Koffer am Fuße des Gerüstes. Sie brauchen sich nicht zu bemühen und herunterklettern. Wenn Sie erlauben, dann hole ich mir den Personalakt einfach selbst heraus und nehme ihn vorübergehend an mich. Atkins zögerte zwei, drei Sekunden, während den Holmes sich dem Koffer näherte. Dann rief er »Nein, öffnen Sie ihn nicht. Der Inhalt ist privat.« »Privat?« wiederholte Holmes. »Ich dachte, darin befänden sich lediglich Geschäftsunterlagen und Baupläne oder dergleichen?« »So ist das auch,« behauptete Atkins zögerlich und wirkte dabei zunehmend verzweifelt. »Ich bitte Sie, machen Sie das nicht.« Doch Holmes ließ sich nicht beirren. Er ergriff den Koffer, legte ihn auf einen der umstehenden Werktische und öffnete ihn. Im nächsten Augenblick nahm er einen Zimmermannshammer heraus und präsentierte ihn den Anwesenden. »Siehe da«, meinte er, wenngleich er genau dieses Ergebnis erwartet hatte. Welch erstaunlicher Inhalt für einen Aktenkoffer. Und was ist das hier? Es befindet sich getrocknetes Blut an der Spitze der Hammerklaue. Nun, Mr. Atkins, gehe ich recht in der Annahme, dass dies der Arbeitshammer von Collins ist, der ihm aus dem Werkzeuggurt entrissen und mit dem er attackiert wurde, und dass es sich dementsprechend um das Blut von Collins handelt? Sie haben einen schweren Fehler gemacht. Jeder normale Täter hätte die Tatwaffe gleich nach dem Opfer in die Themse geworfen, wo sie auf den Grund gesunken und niemals gefunden worden wäre. Wie sagten Sie, jedes Werkzeug ist wertvoll und muss dem nächsten Arbeiter in die Hand gedrückt werden. Diese Sparsamkeit in Bezug auf die Gesellschaftsfinanzen ist Ihr Verhängnis. Sie sind überführt. Sie haben den irischen Gewerkschaftsvertreter tätlich angegriffen. Atkins ahnte noch nicht die volle Tragweite der Situation. Ich hatte keine Wahl, behauptete er trotzig. Collins wollte gemeinsame Sache mit den Polen machen, gegen mich. Ein Streik ist doch nichts anderes als Erpressung. Gewissermaßen habe ich in Notwehr gehandelt. Collins ist ein Aufrührer, ein Saboteur, er gehört bestraft. Sobald er wieder bei Bewusstsein ist, ein verletzter irischer Arbeiter ist ohne dies keine große Sache. Aber ein toter Arbeiter ist sehr wohl eine große Sache, stellte Holmes fest. Es tut mir leid, wir haben Sie in einem wichtigen Punkt in die Irre geführt. Collins hat den Angriff nicht überlebt. Er ist tot. Damit werden Sie als Mörder vor Gericht stehen. Leider konnte sich Atkins mit dieser Zukunftsperspektive nicht so recht anfreunden. Mörder Niemals rief er verächtlich und begann rasch weiter hinauf auf das Baugerüst zu steigen. Unterlassen Sie das gefälligst, Sie sind verhaftet, rief Lestrade empört, blieb jedoch unerhört. Holmes seinerseits zögerte nicht lange. Er kletterte ebenfalls auf das Gerüst und nahm die Verfolgung auf. Ebene für Ebene und vorbei an verdutzten Arbeitern näherte sich Atkins der obersten Plattform, während sich mein sportlicher Freund nicht abschütteln ließ. Geben sie auf, forderte er den Flüchtigen auf, sie können nicht entkommen. Schließlich erreichte Atkins die höchste Ebene, von der es tatsächlich nicht mehr weiter ging. Er blickte sich um und musste erkennen, dass Holmes ihn nun eingeholt hatte. Es ist vorbei, sagte mein Freund in ruhigem Ton. Kommen Sie, es wird Zeit wieder festen Boden unter den Füßen zu erhalten. Doch Atkins war nicht bereit, sich in Polizeigewahrsam zu begeben. Ein leises Nein war zu vernehmen, während er mit starrem Blick auf Holmes rückwärts Richtung Plattform Kante ging. Schritt für Schritt näherte er sich einem bedrohlichen Abgrund. Er befand seine Lage wohl als aussichtslos. Tun Sie das nicht, verlangte Holmes. Niemandem ist geholfen, wenn Sie hier sterben. Atkins überlegte einige lange Sekunden. Er blickte hinter sich in die Tiefe, dann wieder meinem Freund direkt in die Augen. Mit einem Kopf schütteln und der Bemerkung »Tut mir leid, Mr. Holmes. Leben Sie wohl«, ließ er sich rücklings fallen und stürzte in Richtung Boden. Lestrade, ich selbst und die anwesenden Arbeiter hielten den Atem an. Es schien eine Ewigkeit zu sein, in der sich Atkins Körper im freien Fall befand. Endlich prallte er auf, allerdings um Haaresbreite nicht auf der steinernen Ebene des Brückenkopfes, sondern auf der Wasseroberfläche der Themse. Aufgrund der beträchtlichen Fallhöhe hatte Atkins jedoch das Bewusstsein verloren. Nach dem zwischenzeitlichen Ab- und Auftauchen trieb er beuchlings- und regungslos auf dem Wasser. Die Arbeiter O'Reilly und Kowalski fackelten nicht lange. Sie stürmten zum Fluß, sprangen hinein und zogen Atkins gemeinsam an Land. Als dieser wieder zu sich kam, musste er mit Bedauern feststellen, dass er überlebt hatte. Lestrade konnte endlich seine Verhaftung vornehmen. Einige Tage später fanden sich Sherlock Holmes und ich am katholischen St. Mary's Friedhof in Cancel Green ein. Patrick Collins wurde zu Grade getragen, ein entschlossener und internationalistisch denkender Vertreter der Arbeiterschaft der Tower Bridge Baustelle. Dem Begräbnis wohnten gut 300 Arbeiter bei, irische ebenso wie polnische, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen und die in dessen Sinne zweifellos schon bald brüderlich und solidarisch in einer gemeinsamen Gewerkschaft für ihre Interessen kämpfen würden.